Supercalifragilistik, explikaligetisch Dieses Wort und Turm und Turm, furchtbarweise synthetisch Wäre es laut genug auf, sag mir klug, ja was pathetisch Supercalifragilistik, explikaligetisch Hallo, ich heiße Christa Unternerer und bin Gesangungslehrerin an der Entli-Bucher Musikschule und Standort Estes Matmarbach. Singen, Lehren, was heisst das? Erstens einmal, das ist ein Instrument, das du selber besitzt und du nicht mieten und nicht kaufen musst. Und du kannst einfach selber für dich laut raus singen oder mit deinen Gespännchen oder zu Hause mit den Eltern und das ist das Beste, was du für deine Stimme schon mal machen kannst. Und vielleicht hast du dann so viel Spass, dass du gleich auch mal Gesangsstunden nehmen willst. Und dort lehrst du nachher, Läuter zu singen und Höherruhe zu singen, Töfer zu singen und leisliger zu singen, was nicht unbedingt einfacher ist. Das hat nämlich viel mit unserem Schnaufen zu tun und mit unserem Körper ähnlich wie bei einem Blasinstrument. Nur, dass wir einfach die Lippen nehmen und die Zungen und ich zeige dir, wie du dort den Klang formen kannst. Und natürlich kannst du deine Lieblingssongs mitbringen und du lernst sie bei mir in der Stunde singen. Wenn ich jetzt dein Interesse geweckt habe, dann freue ich mich darauf, dich schon bald zu können an den Entli-Buchermusikschulen zu treffen. In all the good times I find myself longing for a change. And in the bad times I fear myself. I'm off the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground. Und es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vielen Dank.